Am Anfang muss ich halt grob kurz erklären, was das Konzept oder die Idee war. Ursprünglich komme ich aus, ursprünglich, also. Ich verkopfe mich gerade, ich verkopfe mich gerade komplett. Wie heiße ich eigentlich? Alter, ich habe einfach richtig sweaty palms, wie Eminem. Knees weak, arms so heavy, palm spaghetti. Ich würde mich am liebsten selber schlagen. Mein Name ist Alvin Meigler. Ich bin freischaffender Fotograf und BFF Professional aus der Region Stuttgart. Das ist meine Katze. Ursprünglich komme ich aus der inszenierten Mode- und Porträtfotografie, wobei im letzten Jahr auch immer mehr Automotive, Lifestyle und auch Projekte im Kultursektor dazugekommen sind. Eines meiner letzten Projekte war das Sterling Magazin für die Staatsgalerie. Das ist ein freier Fotoessay, bei dem eine Fotografin oder ein Fotograf mit einer Fragestellung mit relativ viel kreativer Autonomie beauftragt wird. Die diesjährige Fragestellung lautete, was bewegt das Museum? Und meine Idee war, dass man sagt, man geht hinter die Kulissen und zeigt das Museum kaum bis gar nicht so, wie das der Besucher regulär kennt, also das, was der Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern geht in die Räumlichkeiten, in denen gearbeitet wird, in denen kuratiert wird, in denen gebrainstormt wird. Und genau das haben wir auch gemacht. Gleichzeitig wollte ich aber auch den Absprung schaffen, damit es nicht ein klassischer Geschäftsbericht wird, sondern ich wollte auch die kreative Autonomie ausnutzen. Und es geht ja nicht nur um die Mitarbeitenden der Staatsgalerie, die das Museum bewegen, sondern es geht ja auch um den Spirit und auch den Zweck des Museums selbst. Da eine der größeren Ausstellungen der Staatsgalerie das triadische Ballett von Oskar Schlemmer war, habe ich mich davon inspirieren lassen. Und es lag für mich nahe, dass man auch Tänzer heranzieht, um die Fragestellung, was bewegt das Museum, zu beantworten. Tänzer, die ja praktisch Inkarnation von Bewegungen oder Experten für Bewegungen sind, die konnte man wirklich super einsetzen, um sie einfach in diese Räumlichkeiten zu stellen und forschen zu lassen. Um einerseits die Kulissen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, mit Bewegung zu füllen und gleichzeitig aber auch metaphorisch die Umtriebigkeit und auch die Arbeit der Mitarbeitenden der Staatsgalerie irgendwo einzufangen. Als Stände die dargestellte Bewegung für den Geist, die Seele oder auch die Kunst des Museums an sich. Ohne die Zusammenarbeit mit Alessandro Giacuinto, der als Choreograf gearbeitet hatte und auch selbst als Tänzer, Lucio Alemann, die als Principal Dancer am Stuttgarter Ballett ist, und auch den SchülerInnen der John-Krenko-School wäre das nicht möglich gewesen. Es war unheimlich bereichernd. Wir sind überall in der Staatsgalerie unterwegs gewesen. Wir waren im Büro der Direktion. Wir waren bei Frau Lange, die ist die Direktorin der Staatsgalerie. Hat super viel zu tun. Der ganze Schreibtisch ist natürlich voll mit Sachen. Da haben wir das ganze Büro vollgepackt. Da waren zehn Tänzer gleichzeitig drin, haben die querbeet überall verteilt. Wir waren in der Restauration. Dort war Alessandro teilweise selbst Restaurator, gleichzeitig aber selbst auch das Objekt, das restauriert wurde. Wir waren mit Alessandro im Kurationsbüro, wo viel gebrainstormt wird, haben ihn auf den Tisch gestellt, haben mit Blättern rumgeworfen, metaphorisch für den Ideenaustausch, für das Brainstorming. Ebenfalls sehr unterhaltsam war die Szene, die wir im Museumsshop gemacht haben. Da haben wir uns inspirieren lassen an den sogenannten One-Minute-Sculptures. Wir haben den SchülerInnen gesagt, ihr habt eine Minute Zeit, nehmt so viel Zeug, wie ihr tragen könnt, steckt es euch in die Hose, unter den Arm, was auch immer. Und ihr bildet oder formt eine eigene Skulptur. Und die haben wir dann abfotografiert. Natürlich war es auch an vielen Stellen herausfordernd, gerade wenn man mit zehn Leuten gleichzeitig an einem Set arbeitet und die auch irgendwie koordinieren muss. Ich war wirklich sehr dankbar über die choreografische Zuarbeit von Alessandro, der da alles gemacht hat. Es war was anderes, als ich mit Alessandro oder Rocio Alemann alleine in der Staatsgalerie unterwegs war, weil man natürlich viel gezielter und fokussierter an einer Idee arbeiten konnte und mehr Zeit hatte, viele verschiedene Sachen zu probieren. Dieses Projekt war bisher eines meiner absoluten Lieblingsprojekte, weil die vom Kunden entgegengebrachte Freiheit und auch die Experimentierfreudigkeit nicht selbstverständlich ist und die Zusammenarbeit mit Tänzern sowieso immer grandios war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.